Ich bin Patricia Kummer. Ich komme aus dem Wallis, aus dem GOMS. Ich bin Alpin-Snowboarderin, Olympiasiegerin im Parallel Reiseslalom, dreifache Gesamtweltenbesiegerin, zweimal Vize-Weltmeisterin und einmal habe ich sogar die Universiade gewonnen. Ich werde die Winteruniversiade als Disziplinenchefin der Snowboard-Alpin-Delegation sein. Wir sind eine kleine, aber feine Delegation mit jungen Athleten, die gerade unsere Matura kommen und sofort studieren. Mein Name ist Patrick Fogunten und mein grösster Erfolg war, dass ich dreimal mit Claude den Vizemeistertitel geholt habe und mit der Schweizer Nazi schon im WM-Final stehen und dort das Ebel geholt habe. Wir werden das Winteruniversiade zusammen mit Juliana aus der Volontierzentrale miterleben. Wir sind dort verantwortlich, dass alles sauber läuft mit all den Volunteers, die wir haben und können das von dort organisieren. Ich bin Noel Boos, komme aus Malters, bin 23 Jahre alt und mache Ski-UEL. Ich studiere Informatik an der ETH in Zürich und mein grösster Erfolg ist die Universiade in Russland. Dort habe ich den 18. Platz erreicht. Ich hoffe, dass ich die Universiade in Luzern als Athlet erleben kann und dort aktiv hernehmen kann. Mein Name ist Garsim Boos, ich bin 20 Jahre alt und mache Ski-UEL. Ich studiere Maschineningenieur an der ETH. Mein grösster sportlicher Erfolg war dieses Jahr an der Junioren-WM, als ich in der Mitteldistanz von Dritter angelaufen bin. Ich hoffe, dass ich an der Winteruniversiade als Athlet teilnehmen kann. Schön복 rien. Ich versche Fine. Jawohl. Wie gesagt, bin komme aus attendees meinen Gümer-FAF-Zase in kritik.